So, hallo ihr Lieben, wir schauen uns heute die Glückszahl für den 6. November an. Wir haben zwei Stück, und zwar die 5 und die 2. So, da halte ich euch das da mal schön rein. Ja, 2 und 5, das ist insgesamt die 7. Die 7 ist eine Zahl, die ganz unterschiedlich ist, je nachdem, was aus dem Deck fällt. Die 7 der Erde, also sprich der Münzen, die 7 der Schwerter, der Stäbe oder der Kelche. Und mit der 7 können wir auf jeden Fall mit Veränderungen rechnen. Also die 7 ist meistens so eine Zahl, wo Dinge umgewälzt werden. Also vielleicht ist heute so ein Tag, wo sich ein bisschen was ändert oder wo etwas nicht so läuft, wie es sonst an jedem Tag. Und das muss nicht unbedingt etwas Negatives sein, es kann auch etwas Positives sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!